Guten Abend liebe Leute, Zeit für die Ergebnisse, denn die Woche ist vorbei. Woche Nummer 43 war es, 23. bis 29.10. Rein geht's in Liga Nummer 12 von der Replay-Liga. Wir haben Turt Sandwich mit einem 2-0 gegen Elsami, Fetera mit einem 2-0 gegen Lady Asilis und Akuro mit einem 2-0 gegen Padrone. Damit jetzt nach dem zweiten Spieltag Fetera auf 1, dann sehr viel unentschieden oder sehr viele 1-1 stehende mit Akuro, Padrone, Turt Sandwich, Elsami und Lady Asilis aktuell noch unten. Dann haben wir Liga 11 mit Spirit 2-0 gegen Bane Riders. Wir haben Senju mit einem 2-0 gegen TGS und Amarok mit einem 2-1 gegen Asit Byrne. Damit hier Spirit noch ungeschlagen, sowohl was Spiele als auch Maps angeht. Und auf dem ersten Platz dann viele mit 1-1, dann TGS unten. Liga Nummer 9, da haben wir Spiele von Güffel mit einem 2-0 gegen Mad Max, Drelle gewinnt 2-0 gegen Kumpelblase und Plou gewinnt 2-1 gegen Tromtrom. Und ja, nach dem ersten Spieltag gibt es zur Tabelle noch nicht so viel zu sagen hier. In Liga 8 gab es keinen neuen Cast diese Woche, deswegen gehen wir in Liga Nummer 6 mit einem 2-1-Sieg von Darklord gegen Swing. Bisa gewinnt 2-1 gegen Lellis und Mac gewinnt 2-1 gegen Chrysal. Damit Bisa, der Wiedereinsteiger, sag ich mal, auf Platz 1. Zwei Spiele, zwei Siege, mal gucken, ob er sich da halten kann. Dann viel 1-1 und Chrysal, auch ein Wiedereinsteiger. Der ist noch ganz unten, aber ich glaube, da kommt noch was, Leute. Da kommt noch was. Und Liga 4 wurde auch gecastet. Da ein bisschen verstreut. Zwei Spiele von den ersten beiden Spieltagen jeweils, weil ein Spieler noch ein bisschen raus war. Grubenhubert gewinnt 2-0 gegen Ebbis. Fenrek gewinnt 2-0 gegen Panzerfahrer. Wir haben dann wieder Ebbis mit einem 2-0 gegen Fenrek und Dystopia mit einem 2-0 gegen Grubenhubert. Und die Tabelle ist damit aktuell, ja, nach teilweise zwei Spielen, nach teilweise einem, teilweise gar keinem Spiel, haben wir Panzerfahrer unten, Dystopia oben und dann drei Leute mit 1-1, nämlich Grubenhubert, Ebbis und Fenrek, da in der relativen Mitte, sagen wir mal. Und dann gab es noch die Liga Nummer 2, Eiliskin 2-0 gegen Terxel, Baumisbaum 2-1 gegen der Astart und Musti 2-1 gegen Dunniscorts. Tabelle dementsprechend auch noch relativ easy überschaubar. Drei Leute 1-0, unknown mit Spiel frei, ohne Plus Minus und die anderen drei dann eben auf den unteren Plätzen. Gehen wir weiter in die Turniere und wir starten mit dem SL Open Cup Nummer 198. Lambo hier bis ins Halbfinale gekommen, da gegen Maxpex raus und dann haben wir hier unten noch ein paar deutsche Flaggen, nämlich mit Hero Marine gegen DNS raus in der Round of 16. Spatz ebenfalls raus gegen einen Franzosen. Hier war es Clem. Und sonst haben wir noch Holy Hit dabei, der war in der Round of 32 gegen Spirit. Ja, hat dann auch ein wenig unterlegen. Im Americas Cup hatten wir dabei einmal Herold, der ist bis in die Round of 16 gekommen, beziehungsweise ist da jetzt eingestiegen, so wie es aussieht nach diesem Bracket. Und dann haben wir noch Terxel dabei, hat gegen Nina verloren. Kung Fu Cup Winter Weekly Nummer 5. Wir haben Showtime mit dabei, hier unten in der Round of 16, genauso wie Lambo hier oben. Und dann war es das hier. Und wir gucken in die NSL SC2 Masters 2023 Winter EU. Und da können wir gucken. Schauen wir mal von unten nach oben. Und zwar Battle B, aktuell auf dem geteilten 13. Platz, noch ohne Sieg. Gehen wir ein bisschen weiter hoch, da ist Spatz, der hat schon einen Sieg gegen Mana geholt. Und dann gehen wir noch ein Stückchen höher, das Hero Marine, der hat schon zwei Siege geholt gegen Papi und Elaser. Gut, gehen wir weiter in den Passion Craft. Season 16 Qualifier Nummer 3. Da haben wir Terxel, der sich anmeldet und einfach so weiter ist. Und dann gehen wir nochmal weiter in Qualifier Nummer 4. Da haben wir nämlich Blutmilan, der kriegt nämlich einen Free Win und ist damit auch qualifiziert. Und damit sind wir am Ende für diese Woche. Wie gesagt, ich hoffe, es ist alles drin. Wenn nicht, dann sagt mir gerne nächstes Mal Bescheid oder sagt mir auch jetzt noch Bescheid, was los ist. Es gibt extra einen Channel dafür auf dem Discord, da könnt ihr alles reinposten und dann landet ihr nächste Woche mit in diesem Ergebnisüberblick für alle deutschsprachigen Leute so, die ich auf dem Schirm habe. Also, ja, wenn ihr Bock habt, macht ihr es. Wenn nicht, dann nicht. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Einen guten Start in die nächste Woche. Lasst euch nicht ärgern. Hau rein. Und dann noch wenn ihr euch weitergeht. Ahhh.